Hey Leute, das geht ab. Hier ist euer Schöne Kressen. Ja, wieder mal mit einem neuen Video. Äh, leck, 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 dig als nächst. Ja, leck, und ich hatte mir vorgenommen, für dieses Video, ähm, wartet mal, wegen der Grelligkeit ist das. Ach so, dann wartet mal, sorry für die gelben Herzenlaufer. Ist das besser? Lies es nicht. Immer noch nicht besser. Also, übrigens, diese gelben Herzen sind, ist, sind nicht diese Cheatererzen, ne? Äh, ich kann sie ja nochmal beweisen. Also, deswegen Grelligkeit. Ich kann sie ja nochmal zeigen im Inventor. Inventor, ja, ähm, da, nix hab ich drinnen. Und die sind immer noch dort. Ja, ich denke, das wird uns nicht stören. Ja, heute hab ich mir gedacht, gehen wir mal ein bisschen in die Miene. Bisschen, die hat, wow, fuck. Alla, leck, man. Es leckt viel zu viel. Redstone. Redstone. Tut mir leid, du noch, Frau. Das ist Redstone. Das auch. Mann, ich hasse es, wenn es lag. Ist es eigentlich schon in der ersten Aufnahme gewesen? Ich muss nachher mal nach dieser Aufnahme gucken. Was ist das für eine Erde? Bau dich schnell ab. Sorry, ich habe Schluck, Schluck auf. Okay, das ist cool. Ach, könnte auch sein, dass ich das nur in der Kamera sehe. Ja. Oh, gleich mal im Tower. Ist hier eine Schmiede? Ja, ich weiß, in der letzten Aufnahme habe ich eine Schmiede übersehen. Also, ich weiß nicht, ob dort eine Schmiede war. Aber hier ist eine Schmiede, auf jeden Fall. Gut, mal hoffen, dass eine Diamante dünner sind. Dann machen wir es mal auf. Ähm, hallo. Aufmachen. Aufmachen. Auch üblich, wenn es Ton fehlt. Hab ich gleich mal etwas gutet. Ton fehlt, genau. Oh nein, warte, Musik. Ich hoffe, ja, das hört man jetzt. Ähm, warte mal, ich muss die Kamera ein bisschen stellen. Okay, das geht auch nicht. Ja. Huh. Ach, das ist so, so eine Küste, ne? Brauche ich mal nicht im Moment. Ich weiß, was man da rausmachen kann, ja? Ja. Oh, mein, mein, mein lieber Showly. Es stimmt, ich hatte auf Pause. Hallo, Nina. ich kann das jetzt auch nicht durchziehen ich glaube ihr wisst warum ich habe keine specker ich würde sie spawnen ja schade jetzt habe ich keine specker was ich weiß wir spielen hexit nachmachen von hero also nicht modern fehler ja gehen wir mal hier runter Weiß er was, wir machen es einfach so, da ist dann einfach der Boden. So. Okay, das macht mir Angst, wenn die in ein Haus gehen, das macht mir allerdings Angst. Ach nee Allah, nicht wegen dem Scheiß, das hasse ich, weg, gut. Äh, ich, ich bin gerade brainer auf, kann ich irgendwie, völlig verpeilen, oder? Ja. Ähm, gut. Ja. Mach ich die auch hier mal auf, ne? Müsst ihr nicht rein? Hier. Hey, nicht allein. Hey, meine Spieker. Meine Spieker. Spieker. Äh, hey. Werft mich? Ähm. Ja. Hey Leute. Uh, hier ist die Party angesagt. Ja. Sorry, wenn ich bisschen still bin. Jetzt müssen wir nur die Nacht überstehen. Und die müssen das machen wie, wie? Mit nem Golden. Hallo, die Fresse. Komm da, ich hab stärker. Wer will mich komplett verhasen? Jo, wahrscheinlich. Okay, unser erster Tod ist völlig unerwartet, Alter. Jo, realisieren. Äh, da. Nicht geil. Wir gehen mal in diese Richtung. Oh. Oh, wir müssen ja schon wieder aufhören. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.